Jetzt muss ich also wegen der Leine ins Wasser springen. Halt mal mein Megaphone, Peter. Hier, nimm. Jetzt hilf mir schnell raus, Peter. Das Boot treibt ab. Ohne meine Zündkerze, kann ich dir dein Motorboot nicht wiederholen. Da musst du wohl tauchen, Captain Senator. Stimmt. Ein bisschen mehr backboard. Da bist du ja schon wieder. Nun hol mir mal ganz schnell mein Motorboot zurück. Hier hast du die Zündkerze. Klar zum nennen? Jo. Okay. Klar zum aufschießen? Jo. Schulte los. Sehr schön, Uschi. Genau in den Wind geschossen, wie wir es gelernt haben. Ah, Peter ist zurück. Jetzt aber fix die Segel runter und klar Schiff machen, ihr zwei. Wenn hier eine Kommandos gibt, dann ich, Peter. Also, ihr Landratten, Segel runter und klar Schiff. Ich zieh mir erst mal trockene Klamatten an. Also, er ist wieder auf dem Ring. Ich zieh mir erst mal auf den Ring. Ich zieh mir erst mal die Begriffe. Ich zieh mir erst mal bei вас,ha resentment. Jetzt zieh mir immer noch die Begriffe. Ich zieh mich schon mal nicht. Vielen Dank.